Musik Irgendwo da muss es dann die Lea sein. Ich treffe mich nämlich mit der Lea am Bahnhof. Wir gehen dann alle gemeinsam zur Donaulände. Hey! Seinen Immunstatus irgendwie aufpassen, also dass er das Immunsystem irgendwie stärkt mit einer ausgewogenen Ernährung. Genau! Ja! Gefe-Venenthrombose! Die Felix IKG schreibe jetzt einfach. Mhm. Wahrscheinlich ist da voll da irgendwas drinnen und wir haben sie immer noch gesehen. Wahrscheinlich. Wir wissen es nie, wie er erklärt hat. Dys-telektatische 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 Verdichtungen in den Lungen, also basal, beidseits, so wie auch in der Lingula. Hm. Okay. Ich habe gerade einen Anruf bekommen, dass meine Vespa fertig ist. Die war jetzt so lange in der Werkstatt, weil ich habe irgendwie so einen Motorfehler oder so gehabt vor ein paar Wochen. Und jetzt durch Corona war eben alles mega verzögert. Musik Sie hat lauter Blütenstaub drauf. Musik Hallo, hallo. Ich richte mir gerade meine ganzen Sachen... Oh. Ich richte mir gerade meine ganzen Sachen zusammen, dass ich in den Garten raus lernen kann. Ich habe mir da eine Kiste zusammengerichtet mit meinem Laptop. Das Wichtigste, was ich jetzt mal leider brauche. Sonnencreme, weil es ziemlich sonnig hat. Da draußen sind meine ganzen Stifte. Meine Powerbank-Sonnenbrille und dort drunter sind. Mein Skript, an dem ich daran arbeite. Und mein Farmerbuch. Und das werde ich jetzt zu meinem Garten mit runter nehmen. Yay. Ich weiß nicht genau, wie man den Tisch jetzt aufklappt, aber ich glaube, dass... Ich weiß nicht genau, wie man den Tisch aufbauen kann. Weeeeeee. Kannst du mir den Tisch aufbauen? Nein. Das war easier als gedacht. Ja? Ja. Easier als gedacht? Ja. Aber du hast trotzdem nicht geholfen. Nein. Ich habe mir jetzt da einen Sessel geholt. Und das lustige ist, ich weiß nicht, ob ich das jemals in einem Vlog erwähnt habe, aber dieser Sessel, das ist einer unserer Gartenstühle sozusagen. Dieser Slogan, kleine Freundin, kommt von einem Theaterstück, in dem ich mit, ich glaube, zwölf oder dreizehn... Ich glaube, dreizehn gespielt habe. Und das war ein Theaterstück, das mein Papa für eine Schulaufführung quasi adaptiert hat. Und das war mehr oder weniger eine modernisierte Neuverfassung von Jedermann. Die Theaterbegeisterten unter euch werden wahrscheinlich Jedermann aus Salzburg kennen. Und das Theaterstück hier, also diese Version war, glaube ich, diese Version war quasi adaptiert auf einen weiblichen Jedermann. Und die hat Mrs. Greed geheißen. Und das war mega cool. Und wir haben da alle quasi so auf einem Filmset das gespielt. Und dann haben wir alle so Filmstühle bekommen. Yo, yo, yo! Oh, oh mein Gott! Hat irgendwer von euch auch in letzter Zeit immer das Problem mit sehr, sehr launenhaften Katzen? Weil meine faucht mich immer an, ohne dass ich irgendwas mache. Also ich habe es ja gerade gesehen, das war jetzt irgendwie gerade... Ja, nix. Ich weiß nicht, was mir die ist. Ähm... Ja, du! Ich habe gerade Pulmonologie, also das Modul, das ich gerade auf der Uni habe, ist Lungenheilkunde. Und es ist bei uns ein bisschen schwierig mit den Online-Vorlesungen, weil wir eigentlich nicht wirklich Online-Vorlesungen so in dem Sinn haben. Aber was wir haben, ist, dass wir eben Praktika ausarbeiten können, schrägstrich müssen, beziehungsweise eben die Powerpoints und die Unterlagen zur Verfügung gestellt kriegen. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich mir gemeinsam mit Büchern von den Powerpoints quasi ein Skript erstelle. Und ich habe da auch schon, also das ist mein Lungenskript, ich habe das gleich auch für Cardio schon gemacht. Und da schreibe ich mir quasi alles zusammen, was wir in diesem Modul können, schrägstrich wissen müssen. Und hoffe, dass ich dann da zumindest ein bisschen einen Lernerfolg dadurch habe. Es ist echt schwierig, sich daheim sonst irgendwas zu erarbeiten. Aber so denke ich mir halt, macht es mir Spaß, dass ich das durcharbeite und ich kann das auch ein bisschen selber kreativ gestalten. Ich mache mir, gerade bei Medikamenten mache ich mir immer so, also das Medikament zum Beispiel Pirfenidon ist gegen Lungenfibrose. Und da hat es quasi diese Vorteile bzw. diese Wirkungen und die Nachteile bzw. Nebenwirkungen schreibe ich dann hier zu einem fetten Minus dazu. Das gleiche bei Nintendo Neap, das ist glaube ich ein spezifisches Medikament gegen Lungenfibrose. Und ja, hier immer. Tabellen sind auch immer super, das ist mega übersichtlich. Illustrationen, ja. Ich habe mir gerade von oben Kombucha, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Kombucha geholt. Und ich habe in letztes Jahr so drüber nachgedacht, dass ich das eigentlich ganz gern mal selber braun versuchen würde. Also, falls irgendjemand von euch irgendwie Erfahrung hat mit Homebrew oder eben mit Kombucha an sich, dann meldet euch bitte bei mir. Weil ich habe noch nie was selber gemacht so in diese Richtung und ich finde, ich mag das voll gern. Also ich trinke das total gerne. If anyone knows anything, please hit me up. Ich schaue gerade einen alten Vlog von einer meiner Lieblings-Youtuber, Joe Sack. Hier, das ist Joe. Und in diesem Vlog sind sie gerade in Mykoness, in Grace. Und ich wollte dich fragen, was sind so eure Pläne für die Zeit, wo wir wieder reisen dürfen, quasi offiziell. Wo wollt ihr hinfahren? Wie wollt ihr dort hinfahren? Schreibt mir das in die Kommentare runter, das interessiert mich echt total. Meine Pläne sind, ich würde gern nächstes Jahr mal nach Kuba fliegen. Das wird wahrscheinlich einer der letzten großen Langzeitflügel sein, die ich wahrscheinlich in meinem Leben machen werde. Und meine restlichen Travels möchte ich gerne mit dem Zug vornehmen, sofern es geht und sofern es auch leistbar ist. Damit ich einfach grün reisen kann, so gut es geht. Und ja, was sind da eure Ideen, was sind eure Pläne? Schreibt mir das alles in die Kommentare und bin gespannt, was ihr sagt. Es ist um einiges später und ich bin mittlerweile wieder hier heroben und ich mache immer noch genau das gleiche. Aber es ist mittlerweile dunkel draußen. Und ich wollte euch eigentlich was zeigen, was ich mir vor kurzem auf Amazon bestellt habe. Amazon? 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 Ich weiß nicht genau, wie man eigentlich korrekt sagt. Ähm, Moment. Okay, ich weiß es jetzt jetzt gerade nichts, aber ich habe mir auf Amazon diese Kerzen bestellt. Und die kann man, also es sind LED-leuchten und wie ihr schon seht, die flackern so mega hübsch. Und das Ding ist, dass ich in einer Dachgeschosswohnung lebe und da ist ziemlich viel Holz und ein Teppichboden. Und darum ist es, glaube ich, nur schlau, wenn man keine echten Kerzen anzündet. Aber ich habe mir gedacht, für die Atmosphäre sind die einfach schon super hübsch. Und ich wollte euch die noch zeigen. Ähm, ja. Ich bin gerade in einer Gärtnerei. Wow, die Schlange ist ewig lang. Oh, okay. Ich bin gerade in einer Gärtnerei, damit ich für meine Mom morgen für den Muttertag eine kleine Blume kaufe. Und die Schlange ist ewig lang. Oh mein Gott. Da drin ist die Kasse. Und die Leute stehen bis da an. Fun, fun, fun. Aber immerhin halten alle den Abstand ein. Die Gärtnerei, wo ich gerade bin, wird von Promente unterstützt, sozusagen. Also es arbeiten hier Leute mit Beeinträchtigung. Und eine Frau hinter mir, ich möchte sie nicht filmen, aber eine Frau hinter mir, geht gerade durch und macht quasi so eine Art Vortriage und schaut, wie viel die Leute haben. Und wenn es ganz viel ist, dann schreibt sie das extra zusammen, dass es quasi bei der Kasse einerseits schneller geht, aber auch einfacher geht. Und bei mir, nachdem ich nur das eine habe, war es so, ah ja, ganz übersichtlich. Hat sie nicht zusammengeschrieben. Aber coole Institution. Hey, ich hab's geschafft. Ich hoffe, meiner Mama gefällt gelb. Ich bin gerade, also ich werde jetzt dann gleich die Yvonne abholen. Und dann bin ich, also dann werden wir in die Stadt fahren gemeinsam und uns dort mit einer weiteren Freundin treffen. Und Oberösterreichs bestes Ess probieren. Wir sind im Partnerlook! Ich habe festgestellt. Ah. Es ist nicht zu früh. Sie hat mich jetzt wieder geschmissen. Ja, früh. Was besetzen. Sagst du es da irgendwo? Ich glaube, mittelweiter kann man es mischen, oder? Was nehmt ihr für Sorten? Es gibt Pistazie, Schokolade, Schokobanane, Zitrone, Marille, Kumquat. 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 Mango, Erdbeere, Honeymoon, weißer Schoko mit Matcha. Oh mein Gott, das ist mein Lieblings. Oh mein Gott, das ist so gut. Vanille und Apfel, Sellerie. Was habt ihr für Sorten? Ja, das ist Matcha. Was ist das? Ja, das ist Kuchenwort. Was ist eure Lieblings-Eissorte? Äh, weiße Schokomatcha. Ja. Meine auch weiße Schokomatcha. Das war Obstlau. Ich hab so... Ja. Schnaps groß überlebt. Was macht... Moment. Was macht noch Schnaps? Ja, das war so ein Überriss, was der, das noch ankommt, wenn... Oh mein Gott. So Obstlau. Okay. Voll arg. Oder man glaubt, dass das irgendwie schon wieder nachgefüllt worden ist. Die ganzen Seifen. Ich finde irgendwie lustig, dass die Leute offenbar glauben, dass Arztseifen besonders desinfiziert. Aber wieso gibt es jetzt? Das ist Mai. Ja, weil das jetzt doch jetzt in Aktion zu können. Das hat es sein. Okay, interessant. Hm. Ja, es gibt Wölbe, oder? Aber gibt es das gar nicht mehr? Oder ist das irgendwie... Ja, die Wunderbar ist da. Ja. Ja. Das stimmt, ja. Aber da war doch einmal so ein Kitty Café, oder wie das heißt, oder? So... 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 Untertitelung des ZDF, 2020